Mit einer Jubiläumsparty hat der CVJM Vullingen, der Verein christlich junger Menschen, auf dem Vullinger Marktplatz sein 150-jähriges Bestehen gefeiert. Dabei stand der Samstag ganz im Zeichen eines Open-Air-Konzerts. Als Vorgruppe waren echte Vullinger-Jungs am Start, die unter dem Bandnamen 5,0 abrockten. Im Anschluss hieß es Bühne frei für die Oldies but Goldies von Precious Time, die ihre besten Hits mit im Gepäck hatten. Es gab dann aber auch noch stillere und leisere Töne. Neben einem Open-Air-Gottesdienst wurde auf dem Marktplatz dann auch noch unter der Leitung von Jugendfahrerin Katharina Dolmetsch-Heiduk unter anderem mit Bürgermeister Michael Schrenk getalkt. Das Thema CVJM zwischen Wohlfühlgruppe und weltweiter Verantwortung.